Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zur Gamescom 2015 mit dem Business-Bereich einigen Spielen wie XCOM 2, Cities Skylines, XCOM 2, Homefront, Revolution, Mafia 3, äh, was hab ich noch nicht gesagt, ist auch egal, Grand Ages Medieval zum Beispiel fehlt noch. Ich werde dann unten in die Kommentare als auch hier irgendwo ein paar Bildchen einblenden mit den entsprechenden Links, den Uhrzeiten, weil das Video ein bisschen länger sein könnte, so wie ich mich kenne, also ganz sicher. Und, äh, das Mikro sollte auch ein bisschen lauter sein, weil es direkt vor meiner Nase ist, sonst steht es immer so, ne, ein halber Meter weiter rechts von mir. Also, hallo, auf jedem Fall würde ich sagen, nach einer Minute machen wir Schluss, ich blende da ein paar Sachen ein und, äh, generell gilt, ich wünsche euch viel, 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 viel Spaß, weil mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bis gleiche.